Liebe Freunde, die Europawahlen stehen kurz bevor und so langsam geht es in den Wahlkampf. Und in dem Zuge möchte ich heute mit euch über Maximilian Krah sprechen, den Spitzenkandidaten für die AfD. Für alle meine Zuschauer, die nicht ganz so sehr von dem System der Wahlen und von der Bundesrepublik Deutschland im Ganzen überzeugt sind. Ja, ich kriege ab und zu halt Kommentare, Wahlen, da darf man nicht hingehen und sowas alles. Ich bin jetzt persönlich auch nicht der Großfan oder was heißt, ich bin nicht so der Überzeugung, dass die Wahlen richtig ablaufen im besten Deutschland aller Zeiten. Ich gehe auch hoch von viel Wahlfälschung aus, gerade wenn man sich die einen oder anderen Wahlbeobachter in den Wahlzentren da mal anschaut, ist es naheliegend, dass die vielleicht nicht richtig auszählen. Deswegen sollten immer Wahlbeobachter ja auch von unserer Seite, sage ich mal, da hingehen. Kann ja jeder hingehen bei der Auszählung. Ja, ob Wahlen jetzt wirklich uns irgendwie helfen könnten, aus unserer aktuellen Lage rauszukommen, wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln. Allerdings, der Großteil der Bürger geht halt wählen und da sollte man auch möglichst informiert sein. Und deswegen möchte ich heute mal über Maximilian Kral sprechen. Wie gesagt, Spitzenkandidat von der AfD. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich kannte den guten Mann er überhaupt nicht. Letztens wurde ich angesprochen von einem Bekannten, der eher links steht und der sprach mich auf ihn an. Er wäre der TikTok-Star der AfD und so viel bin ich auf TikTok auch nicht unterwegs. Und dementsprechend hatte ich da noch kein Video von ihm gesehen. Und ja, mittlerweile, jetzt habe ich auch ein Gesicht zum Namen. Und ich habe mir gedacht, ja, weil ich den ja auch nicht so wirklich kenne, schauen wir uns den mal gemeinsam an. Hintergrund ist natürlich, dass ich einen ganz bösen Artikel über den guten Mann gefunden habe. Und ja, den möchte ich nachher mit euch auch nochmal durchgehen. Hier ist die Webseite von Maximilian Kral, die werde ich euch unten auch verlinken. Hier habt ihr einen Kral-Report und so weiter und so fort, seine sozialen Medien. Aber ich werfe halt immer gerne einen Blick in die Systemmedien und gucke, was schauen die. Und dieser Bildartikel ist auch so ein bisschen der Auslöser, warum ich überhaupt dieses Video gemacht habe. Denn so wurde auf der Bildstartseite der Artikel, auf den ich mich jetzt beziehen möchte, beworben. Hier der Herr Kran dargestellt so als Lebemann, als Juppie. Und hier steht dann auch gleich in der Überschrift dabei, wenn Shampus Max der beste AfD-Mann für Europa ist, wer sind dann die anderen? Also das ganze Bild hier auf der Startseite sagt ja schon aus, dass in diesem Bildartikel weder neutral über den guten Mann berichtet wird, noch dass ein gutes Haar an ihm gelassen wird. Und leider, wenn man dann auf den Artikel klickt, ist das auch so. Hier ist vielleicht auch nicht gerade das vorteilhafteste Vort. Ich meine, für meine Titelbilder für YouTube suche ich mir ja dann auch von den dementsprechenden Politikern auch nicht unbedingt die passendsten Bilder aus. Wenn ich da jetzt an Habeck oder Baerbock oder so denke, gucke ich ja auch schon, dass die da nicht so toll aussehen auf den Bildern. Das macht man nun mal. Das kann man der Bild-Zeitung jetzt nicht vorwerfen. Die Bild-Zeitung ist ja kein neutrales Medium, sondern steht der AfD und deutschen Interessen natürlich als Gegner entgegen, würde ich einfach mal behaupten. Und der Artikel fängt ja auch schon für meine Verhältnisse total schwachsinnig an. Er keucht und hustet, die Lunge, Fieber, mir geht's richtig dreckig. Er liege im Bett in Brüssel, aber reden will er. Und das macht Maximilian Krah, 47, AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, im Juni dann auch. Ja, also da wird ihm vorgeworfen, dass er, obwohl er krank ist, da unbedingt noch reden möchte. Eigentlich ist das doch für einen Politiker eine gute Sache, weil er ist zwar krank, möchte aber trotzdem für seine Politik und für die Interessen seiner Wähler da sein und hält eine Rede. Also ihm eigentlich hoch anzusehen. Ich meine, ich bin eher dafür, er sollte sich auskurieren, weil mit Krankheiten ist nicht leicht umzugehen. Die sollte man immer auskurieren. Aber trotzdem, erstmal ist das ja ein Arbeitseifer und ein Einsatzwille, der ihm erstmal positiv angerechnet werden soll. Die Blöde Zeitung macht natürlich daraus, naja, der kann ja die Klappe nicht halten. So kommt es dann rüber, wenn man es jetzt liest, ohne drüber nachzudenken. Und dann auch der nächste Absatz. Nur man muss an dem, was Kral erzählt, auch immer zweifeln, zu ausufern, zu bunt, zu gut kommt dabei nur einer weg, er. Kral ist immer die eine Spur zu viel. Und davor zittert die ganze AfD. Ja gut, wie gesagt, ich habe kein Video von ihm angeguckt. Das kann natürlich sein, dass er da auch ein bisschen übertrieben ist, ein bisschen zu egozentrisch ist und so weiter und so fort. Aber da muss ich dann immer dran denken, erstmal ist es sowieso immer gut, alles zu hinterfragen, was ich sage, was er sagt, was die Bild, alles hinterfragen. Macht euch zu allem immer eure eigenen Gedanken und denkt drüber nach, was könnte dieser Satz jetzt bedeuten. Und da ist das halt auch so eine Sache, die anderen Politiker von den anderen Parteien sind doch auch alles Selbstdarsteller. Oder hier so eine Ricarda Lang, so ein Habeck, so eine Baerbock, die alleine schon Fotografen und Friseure beschäftigen für hunderttausende Euro Steuergelder im Jahr. Was ist das, wenn das nicht Selbstdarstellung ist? Und also warum wird ihm jetzt vorgeworfen und bei den anderen wird der Friseur für hunderttausend und der Fotograf für fünfhunderttausend, wird alles noch schön geredet in den sozialen, in den Systemmedien hier. Also das geht ja eigentlich alles schon gar nicht. Dann auch hier das Foto, was ihn jetzt hier darstellt, so unter dem Motto, hier Luxusleben, hier ist aus dann und so. Und dann hier so inszeniert sich AfD-Politiker auf Facebook. Also da ist da jetzt auch nichts bei, ja. Die anderen Politiker, ich weiß nicht mehr, wer da alles mit Klitschko auf dem Balkon stand, in einem Kriegsgebiet standen, sie lächelnd mit Schampus da auf dem Balkon. Und das ist in Ordnung. Oder damals, wo die Katastrophe im Ahrtal war, da stehen die Politiker da auch und lachen sich kaputt. Also da ist mir der Krar doch wirklich sympathischer, wenn er sich da freudestrahlend über seinen Austern Teller da freut oder Hummer und was auch immer da drauf sein mag. Er freut sich da in seinem Urlaub. Da ist doch auch ein Lächeln angebracht. Aber wenn ich in einem Kriegsgebiet, wo Menschen sterben, auf einem Balkon stehe, Schampus trinkend und lächelnd, ja. Also da ist das Lachen unangebracht und die Bilder sind unangebracht. Genauso wie bei der Ahrtal-Katastrophe. Und da kann man dem Mann das doch jetzt nicht hier negativ anrechnen, dass er sich da im Urlaub freut. Dann kommt natürlich jetzt hier der große Skandal, der Zufall, Zufall natürlich jetzt vor der Europawahl auftritt, dass da die AfD-Politiker, also der Maximilian Krah und auch der Peter Büstrum oder Peter Büstrum oder wie auch immer der da heißt, jetzt angeblich Geld angenommen haben von irgendwelchen Medien. Ja, da muss man doch auch mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, von welchen Lobbyisten, von welchen Medien und so weiter und so fort nehmen denn die anderen Parteien und Politiker Spenden entgegen. Ja, also wie viel Geld von der Waffen-Lobby fließt in die Politiker und was machen die Politiker? Ja, kaufen natürlich reichlich Waffen und schicken die in die Ukraine. Mittlerweile sind sogar Ermittlungen gegen Ursula von der Leyen aufgenommen worden. Video habe ich dazu gemacht, schaut es euch an. Und die steht da ohne hinterfragt zu werden in den Systemmedien und wird noch hofiert, wird dann da von der Politiker-Kaste irgendwo auf den Thron gehievt. Da haben wir Wähler noch nicht mal als Mitspracherecht, aber hier haben die Gelder angenommen und sollen sofort verteufelt werden. Wenn das bei der von der Leyen nicht ist, dann brauchen wir da auch nicht drüber reden. Hier unser Kanzler, unser Demenz-Kanzler hier mit seinen Kamm-Ext-Geschäften und so weiter und so fort. Und da werfen die denen davor, dass sie da irgendwo mal Geld angenommen haben sollten. Selbst wenn, ja, wie gesagt, aus wie viel fragwürdigen Quellen finanzieren sich denn die Altparteien? Dann biegsam, wortgewandt und egozentrisch, ja, das sind doch die anderen Parteien auch. Wenn ich jetzt hier an die FDP denke, das ist ja die Gummipartei schlechthin, die biegen sich ja in alle Richtungen. Aber auch die anderen machen das doch. Dann heißt das auch, was stört mich das Geschwätz von gestern. Was ich im Wahlkampf erzählt habe, mache ich doch nach der Wahl nicht. Und so, ihr kennt das doch alles. Also warum soll es jetzt bei ihm hier schlimm sein? Der Absatz hier ist eigentlich für mich hier, Maximilian, wer fragt sich Deutschland, hatte ich mich ja auch gefragt. Und der ist halt im Juli in Magdeburg zum Spitzenkandidaten gewählt worden. Seit 2019 sitzt er bereits im EU-Parlament und ist doch weitgehend unbekannt. Ja, da wundert sich die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung und die anderen Systemmedien sehen es ja nicht ein, neutral und angemessen über die AfD zu berichten. Und da wundern die sich halt, dass er unbekannt ist. Und da muss man dann halt jetzt einfach mal einen Beitrag dazu leisten, dass er bekannter wird. Ihr könnt auch gerne dieses Video teilen, damit überhaupt mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf den Herren gerichtet wird. Neutrale Aufmerksamkeit oder besser vielleicht auch ein bisschen positive. Aber trotzdem, das muss ja alles nicht sein, dass hier die Bild-Zeitung nur negativ darüber berichtet. Weil das ist definitiv einseitig, was die hier schreiben. Daheim in Dresden kennen Sie Ihren Max-Schulestudium-Anwalt, CDU-Mitglied war er bis 2016, ist dann dort ausgetreten. Dazu eine Portion Weltniveau-Abschluss in den USA, Studienaufhalt in Shanghai. So, das ist sogar ein Mann von Welt. Ich kann euch auch allen nur empfehlen, macht Auslandserfahrung, die erweitert euren Horizont ungemein. Ja, katholischer Weltsachse ist ja jetzt auch erstmal nicht so schlimm, hochintelligent, umtriebig, schillernd und ein ziemlicher Hallodreher. Ja, also, das sind alles Sachen hoch, wie kann man einem Politiker vorwerfen, hochintelligent zu sein? Das wäre mal schön, wenn von den Grünen da mal ein paar hochintelligent wären, würde ich jetzt mal sagen. Opernbälle mag er, Wien, Dresden, St. Petersburg, Nobelauftritte mit Marsanzug und Champagnergläschen. Wie gesagt, das sind Orte, sag ich mal, wo man mit Champagner auch gut auftreten möchte. Dieses Bild, ich würde fast sagen, der wirkt hier sehr sympathisch. Ein Mann, mit dem ich mich gerne auch mal unterhalten würde. Und das Ambiente ist doch auch okay. Und wie gesagt, er steht wenigstens nicht auf einem Balkon im Kriegsgebiet, wo andere Leute sterben, sondern im Opernbalkon ist da ja eher das richtige Ambiente. Ja, seine Frau ist gestorben an Krebs, ja, viel zu jung auf jeden Fall. Er blieb zurück, alleinerziehend mit vier Kindern. Inzwischen sind es acht von drei Frauen. Ja, ist ja auch nicht schlimm mittlerweile, wenn der noch mal verheiratet ist. Und dann sagt die Bild-Zeitung hier, und er nennt sich streng katholisch. Die Bild-Zeitung, die gegen alle möglichen christlichen Werte da erhetzt und im Endeffekt überhaupt nichts Christliches mehr an sich hat, genauso wie die CDU, die werfen ihm das jetzt vor. Mein Gott, ich dachte immer, wir sind modern und weltoffen und bunt und woke und wie auch immer. Und dann kommt hier so ein Medium, was ja sonst eigentlich diesen Wokeness-Schwachsinn immer hofiert und wirft dem Mann jetzt vor, oder danach, nachdem er einen tragischen Todesfall erlebt hat, eine neue Frau hat und das Leben geht ja weiter, ja. Und das kann man dem doch auch nicht vorwerfen. Also da wird nur Schwachsinn wieder vorgeworfen. Er macht Propaganda für den Kreml, er hasst Kommunisten und baut ein China-Netzwerk auf. Und das kann man doch auch keinem wieder vorwerfen. Er setzt sich für einen Frieden ein, das ist ja genauso wie ich sage, ich will auch einen Frieden haben. Ich bin weder Putin-Freund noch irgendwie was anderes. Aber wir müssen doch mit Russland ein vernünftiges Verhältnis haben und das kann man doch jetzt keinem da als Kreml-Propaganda vorwerfen. Das ist ja heutzutage so, egal, was man über Russland sagt. Und wenn man nur sagt, ich trinke gerne Wodka, dann ist man ja schon Kreml-Propagandist. Also das ist doch auch völliger Schwachsinn. Und dann, ich habe auch was gegen Kommunismus, finde ich auch überhaupt nicht gut. Aber trotzdem ist China ein wichtiger Handelspartner für uns und dementsprechend brauchen wir gute Beziehungen nach China. Egal jetzt erstmal, was für eine Regierung da an der Macht ist. Und das ist ja wieder, was unsere Altparteien total zerstören aktuell, die Handelsbeziehungen zu China. Was unserer Wirtschaft ja massiv schadet und der will das ja jetzt aufbauen, ein China-Netzwerk aufbauen, und gute Handelsbeziehungen zu China, was unsere Wirtschaft wieder stärken würde. Und das wird ihm jetzt hier negativ vorgeworfen. Schwachsinnig. Ja, reist nach China, hält Vorträge, wohnt in Luxushotels, bezahlt oft von Firmen wie Huawei und Staatskonzernen. Naja, die Altparteien reisen doch genauso irgendwo hin, wohnen da auch in Luxushotels und kriegen das finanziert von irgendwem anders. Also das ist immer alles eine Heuchelei, die nicht besser geht. Er gratuliert China zum 70. Jahrestag, der Staatsgründer und feiert die Besetzung Tibets. Ja, die Besetzung Tibets ist natürlich fragwürdig, ob man die feiern sollte. Aber das weiß ich jetzt auch nicht, inwiefern er das da feiert. Er kann sich ja hier auch nicht rechtfertigen. Aber wie gesagt, zu China gute Beziehungen zu halten, ist ja erstmal nichts Schlechtes. Im Gegenteil. Was die Altparteien machen, den Kontakt zu China und die Handelsbeziehungen immer weiter verschlechtern und zerstören sozusagen. Das ist doch was Schlechtes. Er beschäftigt in seinem Büro Ian Ghi, der den Lobbyverein Neue Seidenstraße e.V. orchestriert. Ja, auch das ist doch gut, weil auch das diese Neue Seidenstraße neue Handelsbeziehungen ermöglichen könnte. Und da sollte doch dran gearbeitet werden, an unserem Wohlstand, der da aufgebaut werden könnte. Im Gegensatz zu den Altparteien, die unseren Wohlstand immer mehr abbauen. Jetzt hier wieder so rechtsextrem wird die AfD eingestuft. Wir müssen nochmal die Kirche im Dorf lassen und mittlerweile uns bewusst werden, dass unser Verfassungsschutz schon fast linksextrem ist. Und dementsprechend solche Wertungen und bunte Deutschlandkärtchen überhaupt nichts aussagen. Und als Verdachtsfall und als gesichert rechtsextrem eingestuft. Leute, die Keule ist doch total tot. Warum wird die überhaupt noch geschwungen? Das nimmt doch auch heutzutage keiner mehr ernst, da Rechtsextremisten. Wir haben Probleme mit Leuten, die vierjährige Kinder in Supermärkten niedermetzeln und nicht hier mit irgendwelchen AfD-Politikern. Dann natürlich hier diese Flügelstreitigkeiten in der AfD werden da aufgemacht. Ja, ist natürlich ein Nachteil, aber Flügelstreitigkeiten in einer Partei hat man doch immer. Weil die einzelnen Leute immer mal ein bisschen andere Ansichten haben und die haben dann Streitigkeiten. Das ist doch in den anderen Parteien genauso. Die CDU hat ihre Probleme da mit der Werteunion. Die SPD hat Ultralinke und Gemäßigte. Selbst die Grünen haben Fundamentalisten. Und die sind sich alle nicht einig. Und hier wird es jetzt wieder hochgekocht, als wenn das ein Riesenproblem wäre. Also auch Schwachsinn, was die Bild-Zeitung da äußert. Herr Pilger zum Rechtsaußen-Guru Björn Höcke. Der darf ja eben keinen Artikel fehlen, damit man sich immer wieder auf den bösen, bösen Höcke berufen kann. Ich muss, glaube ich, mich wirklich mal ganz genau mit Höcke beschäftigen. Ob da an diesen ganzen Vorwürfen was dran ist. Ich glaube das ja nicht. Und dann der Satz hier dem jungfräulichen Teutonenmann, Ried Krah. In einem Interview, schau keine Pornos, wählt nicht die Grünen, geht raus an die frische Luft. Und echte Männer sind rechts. Dann klappt es auch mit der Freundin. Ja, das ist ja auch so eine Aussage, die ist vielleicht aus dem Kontext gerissen. Vielleicht hat er das ja irgendwo in so einem lustigen Kontext gesagt. Oder wie auch immer. Das müsste man sich auch erstmal genau angucken. Und der letzte Vorwurf dann hier. In einem Buch und in Vorträgen schwandroniert der Lebemann nun vom ethischen deutschen Volk und einem politisch wirkmächtigen germanischen Element. Da klingt der Shampoosmann Max ganz braun im Sound der 30er Jahre. Naja, das müsste man sich auch mal erstmal wieder genau auseinander pflücken. Und dass man sich als ethisches Volk, zusammenhängendes Volk von Gleichartigen sieht, ist erstmal auch nicht schlimm. Das machen andere Länder ganz natürlich, ohne dass darüber gesprochen wird. Das einzige Land oder dem einzigen Volk, dem das vorgeworfen wird, ist unser Volk. Und das geht natürlich eigentlich gar nicht. Da sollten wir auch überhaupt nicht mehr drauf hören. Das ist hier wie mit der bunten Karte links liegen lassen. Diese ganze ideologische Erzählung, die da immer von der Regierung kommt, um uns in gewisse Lager zu pressen, um uns zu diffamieren, um uns mundtot zu machen. Dementsprechend kann ich nur sagen, geht auf die Seite von Maximilian Krah. Abonniert seine Social-Media-Kanäle, denn die sollen eingeschränkt werden. Hier TikTok drosselt wohl die Reichweite von Krah. Weil die Ansichten da nicht verbreitet werden sollen. Oder besser gesagt, weil er da so einen Zulauf von jungen Menschen hatte, die seine Videos geguckt hatten. Der hatte wohl Klickraten. Da werden die Altparteien blass und neidisch. Und dementsprechend, was machen sie? Wirken wahrscheinlich auf TikTok ein und haben ihn gedrosselt. Deswegen, Leute, abonniert alle möglichen Social-Media-Kanäle. Guckt auch da drauf, ob da was Neues gibt. Denn oft wird es einfach nicht angezeigt, um die Reichweiten zu drosseln. Ist ja bei mir genauso. Dementsprechend abonniert möglichst viele Kanäle, damit die Reichweite da irgendwie noch aufrechterhalten werden kann. Ansonsten gebt dem Video einen Daumen nach oben. Teilt es gerne. Und ich mache jetzt Schluss, weil das war ja jetzt schon wieder lang und ausgiebig. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.